Moin Leute und Servus zu einem neuen Video. Ja, ich nehm grad mal wieder Videos voll rein auf. Ihr wisst, das mach ich, weil es besser ist für mich. Warum? Also irgendwie halt, also ich find da diese neue, also würde ich kurz sagen, diese neue Vorgehensweise von mir schon gut. Und persönlich, weil wenn ich da mal keinen Bock hab, an dem Tag Videos aufzunehmen, dann werd ich wenigstens auf dem Kanal nicht inaktiv. Hätte ich, äh, hätte ich es gewusst, dass ich, das könnte, hätte ich es schon vor Jahren gemacht, ne. Okay, also nur so für die, die das immer noch nicht wissen. Dieses Mal mach ich Hauptstädte-Quiz. Also ich mach mal wieder ein neues Quiz. Ich mein, okay, das ist eigentlich offensichtlich, wer mal hier draufklickt. Machen wir mal hier. Diesmal machen wir ja Hauptstädte. Hauptstädte, ne. Klicken Sie, um die Hauptstadt des vorgegebenen Landes auszuwählen. Okay, was ist die Hauptstadt vom Krisenland? Athen. Singapur, Singapur. Frankreich, Paris. Vereinigte Staaten, Washington. China, Peking. Spielstufe 2. Spanien, Madrid. Österreich, Wien. Monaco, Monte Carlo. Monacoville, Finnland, Helsinki. Schweiz, äh, Bern. Bern, genau. Spielstufe 3. Rumänien, Bukarest, Tansania. Kann, oh, kenne ich nicht. Äthiopien, Addis Abeba. Malawi. Oh, keine Ahnung, kenne ich nicht. Albanien, Tirana. Das Spiel ist vorbei. Bruder? Bruder, was? So schnell? Äh. Also, das kann doch jetzt echt nicht sein. Okay. Nochmal spielen. Spielstufe 1. Deutschland, Berlin. China, Peking. Ja, haben wir schon. Vereinigte Staaten, Washington. Haben wir schon. Japan, Tokio. Russland, Moskau. Spielstufe 2. Brasilien, Brasilia. Stockholm. Bern. Helsinki. Monaco will. Ja, jetzt weiß ich es ja. Muss auch im Kopf bleiben. Sri Lanka, Colombo. Bruder, was? Was ist die Hauptstadt von Kuba? Äh, Havana. Hauptstadt von Somalia. Äh, La... Keine Ahnung. Armenien. Jerevan. Rumänien. Das ist wieder Bukarest. Noch eine Runde, damit das Video auch nicht zu kurz ist. Spielstufe 1. Vom Vereinigten Vögenreich, London. Vereinigte Staaten... Äh, auf... Oh, Berlin. Moskau. Paris. Spielstufe 2. Wien. Dublin. Madrid. Äh, Brasilia. Monaco. Libanon. Beirut. Angola. Äh, Luanda. Ghana. Ghana. Ghana, Ghana, Ghana. Accra. Sri Lanka. Es ist anscheinend... Das ist der... Ich dachte immer, das ist immer... Tunesien. Das ist Tunis. Spiel ist vorbei. Ach, ja. Ganz ernst. Gleich mal meine Meinung da so rausrauen, hat mir jetzt nicht so gefallen. Passt... Also, ich meine... Also, als Video... Also, ich meine, als Video... Nein. Warum? Es ist zu kurz. Es ist halt zu kurz. 4 Minuten. Ich meine, okay, es ist besser als so eine halbe Stunde oder so. Aber, okay. Damit es jetzt auch weiterhin kurz bleibt, beende ich hier das Video und sage, bis zum nächsten Mal.